Hallo YouTuber und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir auf Hyperframes. Toll, dass du wieder eingeschalten hast und dich für dieses neue Video interessierst. Ja, wie du siehst, ich habe mal wieder so ein kleines, süßes, schnuckeliges Paket hier. Von wem das ist, was da drin ist, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So, ich habe jetzt mal die Ansicht wieder etwas geändert, dass wir hier auch schön in das Paket gemeinsam reingucken können. Vor einigen Wochen hatte ich ja mal ein Paket oder ein Unboxing gemacht von PyroWeb. Genau. Und da hatten euch ja diese Einkaufstaschen von PyroWeb so ganz gut gefallen und ihr wolltet gerne welche haben. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mich nochmal mit PyroWeb zusammengesetzt und gefragt, ob sie euch noch ein paar sponsern können, dass ich die an euch verlosen kann. Und was soll ich sagen? PyroWeb war so lieb und hat dem Ganzen Folge geleistet. Sprich, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, genau, 4 Beutel für euch und unter anderem jede Menge an verschiedenen Aufkleber. Genau, jetzt habe ich es. Also jeder der 4 Gewinner bekommt nochmal je 2, ach komm, lass uns nicht geizen, das sind die 4, jeder bekommt nochmal 3 Bögen Aufkleber obendrauf, on top. Nice. Ja, der Rest behalte ich. So, wie gesagt, es gibt 1, 2, 3, 4 Gewinner, jeder bekommt einen PyroWebbeutel, jeder bekommt 3 Bögen Aufkleber, ich passe auch oft, dass das verschiedene Aufkleber sind, dass sich das nicht so ähnelt. Was ihr müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr müsst unter dieses Video bitte als Kommentar schreiben, Hashtag ich möchte gewinnen. Das ist ganz einfach, ja, denn ich möchte gerne die Gewinne an meine Abonnenten rausgeben. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt, ihr müsst Abonnent von Hyperframes sein, vom YouTube Kanal. Des Weiteren müsst ihr Abonnent von meinem Instagram Account sein, da heiße ich auch Hyperframes und wenn ihr möchtet, das ist aber kein Muss, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf meine Facebook Seite schaut und dort ein Like hinterlasst und einen Daumen nach oben. Da werde ich das Gewinnspiel auch nochmal verlinken, ist allerdings kein Muss, weil nicht jeder hat Facebook, ja. Würde mich aber sehr freuen, wenn da noch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Kommunikation entsteht, weil ich bin ja auf Instagram, Facebook und YouTube sehr aktiv. Ja, Freunde, einzeln der Schluss für das Ganze ist Sonntag, der 5.11. Der 5.11. 23.59 Uhr ist Schluss. Bis dahin könnt ihr mitmachen und eins der vier Pakete gewinnen. Ich denke, das ist doch ganz schön, dafür, dass man mal ein Abo da lässt und einen Kommentar da lässt, kann man so einen schönen Beutel mit den Aufklebern gewinnen. Ja, das Ganze wird dann wieder meine Losfee, meine Tochter auslosen mit der richtigen Lostrommel, also nichts über Random Comment Picker, sondern wir machen das wieder richtig. Und ganz wichtig, es tut mir leid, es können nur Leute aus Deutschland mitmachen. Es ist einfach so, ich hatte unheimliche Probleme bei meinem letzten Gewinnspiel, dass der Brief erst drei Wochen später dort ankam in Österreich. Derjenige hat einen dritten Platz gemacht und da gab es Hick-Mack und Hubato und da habe ich keine Lust mehr drauf. Also bitte bloß noch die Leute aus Deutschland mitmachen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Die ganzen Bedingungen für das Gewinnspiel findet ihr noch mal unten in der Videobeschreibung, ansonsten habe ich sie euch auch hier irgendwo eingeblendet. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, sagt ihr euer Hyperframes. Tschüss, bis bald! Tschüss, bis bald!